Du hast ja bestimmt mitbekommen, dass es den deutschen Automobilbauern momentan alles andere als wirklich gut geht. Und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation, die wir gerade haben. Und da passt es mir sehr gut, dass wir gerade wieder voll in der Automobilwoche sind. Und jetzt nach BMW und BYD ist jetzt halt gerade die Mercedes-Aktie dran. Und Mercedes ist natürlich nach wie vor ein wirklich spannender Kandidat. Es gab ja mal die Zeit, wo Mercedes so als wertvollste Marke oder zumindest Automobilmarke der Welt gehandelt wurde, als die Luxusklasse. Und ja, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, was so charttechnisch passiert ist, dann sehen wir, dass wir diesen Hochpunkt in 2015 hatten, der jetzt seitdem eigentlich nicht wieder überholt wurde. Und wenn du dir das langfristige Bild so anschaust, siehst du, dass wir eindeutig hier in einem Abwärtstrend drin sind gerade. Also wir sind gerade 26% tiefer, als wir noch hier oben in der Spitze waren. Und dementsprechend würde ich, kann man sicherlich zweifelsohne sagen, dass es auf jeden Fall gerade eine durchaus spannende und interessante Situation ist. Jetzt ist es bei mir ja so, ich kaufe seit Ewigkeiten, also seit über 20 Jahren immer günstige Aktien von guten Unternehmen. Und diese beiden Fragen müssen wir natürlich dafür immer erklären. Heißt, ich bin momentan noch auf der Suche für unser Musterportfolio, ein paar Einstiegskandidaten. Und in der Automobilwoche will ich jetzt einmal klären mit euch, welche Automobilaktie hat denn momentan am meisten Potenzial. Und ja, Mercedes sieht auf jeden Fall schon mal ganz interessant aus. Also man kann auf jeden Fall sagen, wenn wir noch mal hier auf diese alten Höchststände hochkommen, reden wir also immerhin schon mal von einem Anstieg. So in der Größenordnung, du siehst es hier 56%. Und das macht es, denke ich, durchaus interessant, meiner Meinung nach. Du siehst auch unser letzter Einstiegszeitpunkt. Hier markiert durch den grünen Pfeil, das ist hier unser Hobbysignal. Also ich habe 70 richtig gute Unternehmen rausgesucht, wo man ja immer wieder, denke ich, sinnvoll einsteigen kann. Und wenn da sehr harte Kriterien erfüllt sind, du siehst es hier, diese grünen Pfeile, die kommen nicht sonderlich oft vor. Und wenn sie vorkommen, wie jetzt hier zum Beispiel, sind wir häufig wirklich richtig, richtig günstig. Da schicke ich ja jeden Tag so eine Liste raus mit möglichen Einstiegssituationen von diesen 70 Aktien. Klar, da kommt nicht jeden Tag was, ist logisch, aber dadurch schaffe ich es schon, dass ihr zumindest günstig kauft und gute Unternehmen kauft. Das heißt, wenn du ganz am Anfang stehst, melde dich auf jeden Fall mal an, fokusinvestor.de, da schicke ich dir die Liste zu. Ja, wenn jetzt so viel Zeit vergangen ist, nämlich seit 2015, da stellt sich ja doch die Frage, was hat ein Mercedes in der Zwischenzeit gemacht, dass wir es nicht geschafft haben, wieder höhere Kurse am Aktienmarkt zu erreichen. Und genau die Frage möchte ich jetzt einmal mit dir klären, weil ich muss sagen, die brennt mir halt wirklich unter den Fingernägeln. Und hier siehst du deswegen jetzt einmal die unternehmerische Entwicklung, die Mercedes so in der letzten Zeit hingelegt hat. Ja, was können wir hier sehen? Wir haben ja einmal die Größe des Unternehmens. Das hier ist übrigens 2016 und 2015, also diese Spitze, die du vorhin gesehen hast, ist hier. Du kannst die Spitze auch jetzt hier im Chart erkennen, nämlich in Rot haben wir die Marktkapitalisierung, also quasi den Wert aller Aktien zusammen. Man kann das interpretieren quasi als den Wert von ganz Mercedes, auch wenn dafür natürlich keiner Mercedes übernehmen kann. Aber trotzdem ist das, glaube ich, eine ganz interessante Sache. So, das heißt, dort waren wir in der Spitze mal bei 83 Milliarden und du siehst es hier, Jahresschlusskurs 2023 waren 67 Milliarden. Und lustigerweise sind wir jetzt gerade genau auf diesem Level. Das heißt, wir sind wirklich so bewertet, wie das jetzt hier quasi gerade eingezeichnet ist. Und es gibt so ein paar Dinge, die auffallen. Also, wenn du dir das hier anschaust, hier die rote Linie, also der Wert aller Aktien zusammen, der pendelt hier so um das Eigenkapital herum. Was das im Endeffekt heißt, ist halt, dass wir uns offensichtlich historisch gesehen häufig am Eigenkapital orientiert haben. Jetzt können wir ja mal gucken, was ist denn so die Range, in der die Aktie sich bewegt. Doch bevor wir das machen, würde ich sagen, gucken wir noch einmal kurz auf die Gewinne, weil die haben wir jetzt ja auch gerade hier. Und du siehst hier, der Gewinn für 2023 lag bei 20,7 Milliarden. Und das macht es auf jeden Fall ganz interessant, weil du siehst, das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Gewinn, einfach im Vergleich zu der Historie. Also, wenn ich mal hier durchgehe oder zum Beispiel auch mal im Vergleich zu 2015, wo wir ja diese Spitze hatten, dort hatten wir nur 13,37 Milliarden. Das heißt, man könnte durchaus argumentieren und sagen, no, da ist aber doch eigentlich jetzt noch wesentlich mehr drin. Oder da müsste auf jeden Fall noch wesentlich mehr drin sein, als diese Spitze, die wir da in 2015 hatten. Ja, dann lass uns doch mal schauen, wie günstig oder teuer ist denn Mercedes-Benz jetzt gerade wirklich. Und dazu habe ich dir jetzt einmal das Kurs-Buchwert-Verhältnis mitgebracht, weil du hast ja gesehen, der Aktienkurs orientiert sich sehr, sehr häufig an diesem Eigenkapital. Und der Buchwert ist logischerweise dann jetzt hier quasi das Äquivalent dazu auf einer Einzelaktien-Ebene. Also, das ist quasi das gleiche Eigenkapital und Buchwert, nur dass du das einmal pro Aktie betrachtest und einmal betrachtest du das Ganze bezogen aufs gesamte Unternehmen. Du kannst also all deine Berechnungen halt auch immer mit diesen, ja, mit den Kennzahlen machen. Wie gesagt, wenn du bei mir die Ausbildung ja gemacht hast, dann weißt du das ja schon. Falls noch nicht, bist du natürlich herzlich eingeladen. Ja, kannst du auch einfach mal bei uns, Fuchsinvestor, trag dich ein. Dann erkläre ich dir nochmal so ein bisschen meine Strategie und dann kannst du ja überlegen, ob das was für dich hier sein könnte. So, jetzt gucken wir aber mal. Du siehst hier, das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt gerade bei 0,72. Und wenn wir mal so historisch schauen, dann gab es zwei Tiefpunkte in diesem Chart. Das eine war, ja, 2020. Da waren wir bei 0,48, also so Pi mal Daumen 0,5. Und dann waren wir hier nochmal bei 0,53, also ebenfalls Pi mal Daumen 0,5, würde ich mal sagen. So, das heißt, wir können damit schon mal sagen, wir haben so eine Art Worst-Case-Szenario, dass wir auf die Hälfte des Buchwerts fallen könnten, ja. Und du siehst es hier, wir sind ja bei 0,72. Das heißt, das Schlimmste, was uns passieren könnte oder sollte, sollten eigentlich minus 30% sein. Kann die Aktie noch weiter fallen? Ja, natürlich. Aber dann hätten wir eine Bewertung, die so günstig ist, wie sie quasi noch nie war. Und das wirkt auf jeden Fall erstmal auf den ersten Blick ein bisschen komisch. Ja, dann schauen wir uns das einmal im Aktien-Chart an. Ja, das wäre jetzt gerade der aktuelle Kurs. Und wenn wir von hier 30% nach unten gehen, dann landen wir hier so ungefähr so um die 41,50 rum. Ja, das heißt, das hier ist quasi so etwas wie unser Worst-Case-Szenario. Wenn wir das Worst-Case-Szenario angeguckt haben, sollten wir, du kennst es sicherlich, wenn du jetzt schon lange Zuschauer bei mir bist, natürlich auch mal besprechen, hey, was wäre denn eine normale Bewertung, ja. Weil denn das Schlimmste minus 30% ist, wo könnte die Aktie denn so landen? Und dazu habe ich dir jetzt wieder bezogen auf die unterschiedlichen Kennzahlen. In den letzten sieben Jahren geschaut, jede Woche, ja, wie teuer oder günstig war die Aktie denn im Vergleich zur Größe des Unternehmens. Und wenn man das halt im Vergleich zum Gewinn macht, also zum EBIT oder zum Umsatz oder Bilanzsumme oder Eigenkapital, dann kriegt man halt unterschiedliche Werte raus. Und das, was du auf jeden Fall festhalten kannst aktuell ist, ja, ich meine, klar, die schwanken so ein bisschen, aber wenn du einfach den Mittelwert nimmst, siehst du, wir sind momentan 1,4% unterbewertet. Demnach kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass wir momentan ungefähr bei der fairen Bewertung der Mercedes-Benz-Aktie sind. So, das weißt du natürlich auch. Wir notieren normalerweise ja nicht die ganze Zeit beim fairen Wert, sondern wir schwanken da drum. Und die Schwankung bei Mercedes-Benz liegt bei 30,5%. Das heißt, für gewöhnlich sollte es so sein, dass wir vom aktuellen Level zu ungefähr 30% nach oben oder nach unten gehen können. Nach unten, das wäre quasi unser Worst-Case-Szenario. Nach oben, dann landen wir auf jeden Fall hier so ungefähr, da reden wir so von einem Wert so um die 77 Euro rum. Und das ist jetzt auf jeden Fall die Ausgangssituation, die wir jetzt hier gerade haben. Und da müssen wir uns jetzt natürlich überlegen, lohnt sich dementsprechend jetzt ein Investment in die Mercedes-Benz-Aktie, ja oder nein? Dazu muss man natürlich ganz klar sagen, wenn ich jetzt zu dem Entschluss komme, ja oder nein, heißt das natürlich nicht unbedingt für dich. Das ist für dich auch ein Ja oder Nein ist dann. Weil natürlich deine Anlagestrategie extrem bestimmt, was du mit einer Aktie zu welchem Zeitpunkt machen solltest. Jetzt ist meine Strategie ja, Aktien günstig zu kaufen und sie wieder zu verkaufen, wenn sie einfach normal oder teuer bewertet sind. Beziehungsweise, ich gucke, dass ich hier in diese Tiefpunkte reinkomme und dass ich dann von diesen Aufwärtsbewegungen so viel wie möglich mitnehme. So viel wie möglich ist normalerweise so Pi mal Daumen ungefähr die Hälfte, ja. Das heißt, wenn es 300% nach oben geht, dann mache ich meine 150. Wenn es 50 nach oben geht, mache ich meine 25. Und das ist so das, was ich technisch auf jeden Fall schaffe. Ja, also das ist halt das, was mein Verkaufssystem hinbekommt. So, und jetzt stellt sich halt so ein bisschen die Frage, lohnt sich dementsprechend dann jetzt ein Investment? Weil wenn wir jetzt vom aktuellen Level natürlich hier nach oben kommen, sagen wir mal, das ist jetzt vielleicht so ein sehr gutes Szenario. Das wäre ein plus 50%. Könnte ich also ungefähr meine 25% Rendite machen. Wenn ich ein bisschen Glück habe, dauert dieses Ganze vielleicht noch so bis in den September rein. Dann kriege ich vielleicht noch eine ganz schöne Dividende. Und die Dividende ist wirklich durchaus sehr attraktiv. Du kannst es hier sehen, für 2024 wird geschätzt, dass wir 8,1% Dividende bekommen bei Mercedes. Das wäre also durchaus ganz attraktiv. Das heißt, ich würde quasi zu meinem 50% Potenzial nochmal diese 8% bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ich diese 25% Rendite sicherlich durchaus hinbekommen sollte, dann reden wir also davon, dass ich, wenn es gut läuft, so 33% Rendite innerhalb von einem Dreivierteljahr machen könnte. Davon ab kommt natürlich jetzt noch das, was ich beim Einstieg eventuell brauche. Ja, das heißt, man liegt natürlich nicht immer richtig. Ich sichere mich da ab, dass ich nicht mehr als so 5% verlieren kann. Aber das müsste man quasi dementsprechend noch abziehen. Und da muss man sich halt fragen, lohnt sich dieses Investment? Ja oder nein? Und wenn man auf so relativ langen Anlagehorizonten unterwegs ist, wie ich das mache, also ich halte so Aktien für gewöhnlich so zwischen 4 Monaten und so 4 Jahren, ja. Also das ist so der typische Anlagehorizont, weil das halt so die Länge ist, wie diese Aufwärtsbewegungen normalerweise so brauchen. Und da ist es durchaus wichtig, was das Unternehmen macht. Ja, das ist auch der Grund, warum ich auf diesen Zeithorizonten unterwegs bin, weil ich einen zusätzlichen Indikator habe. Ich kann nämlich gucken, wo müsste der Preis eigentlich stehen. Und damit habe ich einen riesen Vorteil gegenüber Leuten, die zum Beispiel nur die Charttechnik betrachten oder so. Und das ist halt das, was uns dann an der Stelle halt wirklich einen Vorteil verschafft, weil wir halt bestimmen können, wo die Aktie eigentlich hingehen müsste. So, ist man natürlich nie hundertprozentig sicher und hat keine Garantie, aber trotzdem, das hilft dabei natürlich sehr. Jetzt ist es deswegen super wichtig, was passiert denn jetzt in der Zukunft? Und deswegen habe ich dir jetzt hier nochmal ganz kurz das aufgerufen. 23 hatten wir 153 Milliarden Umsatz und 20 Milliarden Gewinn. Wenn du jetzt im Laufe des Videos auf die Idee kommen solltest, jo, ich will Mercedes-Benz kaufen, hast aber vielleicht noch kein Portfolio oder hast vielleicht eins, wo du sehr teure Gebühren hast, schau dir mal Freedom24 an. Die haben immer richtig coole Aktionen. Du kriegst über 5% zum Teil auf dein Tagesgeld. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall, dass du dich einmal damit ein bisschen genauer beschäftigst, wenn du genau wissen willst, welche Vor- und Nachteile das Depot hat. Schau dir mal das Video hier oben an. Und deswegen gucken wir jetzt mal, was soll jetzt in der nächsten Zeit passieren. Und du siehst es hier, geschätzt wird momentan 151 Milliarden Umsatz und 16 Milliarden Gewinn. Das heißt, du siehst, dieses Jahr soll wesentlich schlechter werden als noch das letzte Jahr. Das heißt, wir haben tendenziell so ein bisschen eine absteigende Bewertung, wenn man so will, oder eine absteigende Tendenz bei der Mercedes-Benz-Aktie. Und das macht es natürlich auch nicht nur förderlich. Du hast es vielleicht im letzten Video gesehen oder wusstest es vielleicht auch schon, ja, BMW hatte ja seine Dividende gekürzt. Und wenn BMW die Dividende kürzt, Mercedes sie aber noch weiter bezahlt, besteht das Risiko auf jeden Fall, dass die Dividende halt auch bei Mercedes-Benz gekürzt wird. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir haben ein Ergebnis je Aktie geschätzt von 11,52 Euro. Die Dividende liegt aktuell bei 5 Euro. Das heißt, du siehst, diese Dividende ist sehr, sehr gut abgedeckt. Das war bei BMW aber ehrlich gesagt nicht viel anders, als die die Dividende gekürzt haben. Und da müssen wir jetzt halt einfach mal so ein bisschen schauen, wo die Reise hingeht. Das Risiko besteht auf jeden Fall. Also die 8% Dividendenrendite sind super interessant, super spannend. Aber ich würde mal schätzen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Dividende gestrichen, oder nicht gestrichen, aber gekürzt wird, bei Mercedes würde ich momentan so ungefähr auf 40% einschätzen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Siehst du auch diese Dividendenkürzung? Ich weiß es nicht genau, aber das Risiko besteht einfach. Jetzt gibt es so eine Sache, die wirklich interessant ist. Und die war bei BMW auch schon der Fall. Nämlich, dass die Saisonalität momentan sehr für ein Investment in die Mercedes-Benz-Aktie spricht. Und du kannst es hier sehen, wir sind gerade da bei diesem roten Strich. Das heißt, das ist das aktuelle Datum. Und du siehst, dass wir ziemlich genau im Tiefpunkt der Saisonalität sind. Übersetzt heißt das, dass wir hier in diesem Zeitraum von jetzt bis zum 16. Dezember im Schnitt doch wirklich 10% Rendite gemacht haben auf diesem Intervall. Und das ist ja sicherlich durchaus ein sehr schöner Wert. Und insbesondere ist es so, dass in 8 von 10 Jahren wir eine positive Rendite hier hatten. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Und wenn wir eine positive Rendite hatten, dann war die durchschnittliche Rendite so in der Größenordnung 16% und im besten Fall sogar mal bei 38%. Das heißt, man kann jetzt durchaus sagen, dass es sehr realistisch ist, dass wir bis Ende des Jahres, in meinem Chart, der Ende des Jahres übrigens ungefähr hier so, dass wir bis dorthin so 20, 30%, also im Schnitt müssten wir 10% Rendite machen. Aber auch mal sowas wie 24, 25, 28% ist eine sehr, sehr realistische Sache. So, das heißt, du siehst schon, im Endeffekt sieht es so aus, als wäre Mercedes durchaus gerade eine Aktie, in die man investieren könnte. Auch zum Beispiel die Tatsache, dass wir jetzt hier diesen alten Tiefpunkt hatten, spricht auf jeden Fall dafür. Jetzt ist so ein bisschen das Problem, dass wir hier von diesem Tiefpunkt schon relativ weit weg sind. Ja, also wir haben ja am 7., 8., 8., 8. rum, haben wir VW-Aktien gekauft bei mir in der Betreuung. Ja, also ich habe halt geschaut, welche Aktien haben gerade so das größte Potenzial. Und VW sehe ich einfach noch mehr Potenzial als hier. Und von dort sind wir jetzt schon 9% im Plus. Und jetzt muss man sich halt fragen, lohnt sich jetzt deswegen noch ein Investment? Ja, sollten wir die Aktie in unser Depot jetzt reinkaufen? Ja oder nein? Und wenn wir jetzt mal die unterschiedlichen Positionen durchgehen, also es könnte sein, dass du ein Sparplaninvestor bist. Als Sparplaninvestor würdest du sagen, ich übernehme jetzt mal so den nächsten Zeitraum, vielleicht das nächste Jahr. und jeden Monat oder alle zwei oder drei oder wie auch immer kaufst du einfach ein paar Mercedes-Benz-Aktien für einen festen Betrag X und dir ist dabei völlig egal, wie der Preis ist. Solch eine Strategie eignet sich insbesondere, wenn du eine extreme Abwärtsbewegung hattest, davon überzeugt bist, dass die Aktie jetzt günstig ist, aber vielleicht einfach noch nicht so ein Gespür dafür hast, beziehungsweise noch nicht so die Fähigkeiten dafür hast, zu sagen, okay, da müsste jetzt der Tiefpunkt sein. Ich weiß es ja auch immer nicht zu 100%. Das heißt, bei mir ist es halt so, ich habe so mehrere Punkte, wo ich es mal versuche und du siehst ja hier jetzt zum Beispiel in dieser Abwärtsbewegung gab es zwei Momente, wo mein System gesagt hat, ja, das könnte gut sein. Der eine Moment war hier, der andere Moment war dort. Du siehst auch hier unten schier schön in diesem Trendoszillator, dass wir halt hier wirklich mal wirklich günstig waren, also sowohl hier als auch dort und beide Momente wären natürlich sehr, sehr attraktiv gewesen. Das heißt, für mich wäre es auf jeden Fall möglich gewesen, hier unten wirklich dann einzusteigen, hier oben hätte ich es wahrscheinlich dann auch einmal probiert, wäre dann rausgeflogen, aber so im Großen und Ganzen siehst du, dass das relativ gut funktioniert. Wenn du jetzt aber so sagst, so boah, ne, so Einstiege-Time, Chart-Technik und mich auch noch mit dem Unternehmen beschäftigen, boah, Stefan, das muss ja wohl nicht sein, ja, dann könntest du halt so eine Sparplanstrategie machen, ja, und das hat dann halt den Vorteil, dann würdest du jetzt hier zum Beispiel einfach starten und sagen, jo, alles klar, ich kaufe jetzt regelmäßig Mercedes-Benz-Aktien, dann kaufst du das erste Mal irgendwie hier so im März, dann kaufst du vielleicht nochmal im April ein paar, dann kaufst du nochmal im Mai welche und so weiter und so weiter und so weiter, dann kaufst du hier im Juli nochmal welche, dann hier und da und da und da und irgendwann sagst du dir dann vielleicht, boah, ne, ich höre jetzt auf, ich habe jetzt genug Mercedes-Benz-Aktien gekauft, habe dir jetzt über ein Jahr eingekauft und dann hast du irgendwie so einen durchschnittlichen Einkaufspreis, der dich dann, wäre jetzt hier in dem Szenario so ungefähr bei 58 Euro gelegen und ja, dann hättest du durchaus, ne, hier in ungefähr einem Jahr hättest du deine 30% Rendite machen können, noch 6, 7% Dividende dazu bekommen und hättest dann, ja, so 37% im Jahr gemacht und das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Strategie. Jetzt muss man sich allerdings die Frage stellen, ist Mercedes-Benz jetzt gerade in solch einer Situation wie dieser hier und, ja, könnte durchaus sein, ne, und zwar könnte es sein, dass wir hier so hochziehen oder so wie hier jetzt einfach abverkauft werden, also hier im Endeffekt jetzt direkt nach oben oder es könnte auch sein, dass wir so eine Seitwärtsbewegung kriegen und nochmal hier runterfallen und vielleicht hier dann so an die untere Grenze, also in dieses Worst-Case-Szenario vielleicht noch ein bisschen genauer rankommen. Die zweite Strategie, die du machen könntest, das wäre halt so meine, ne, so, ich gehe da rein und setze mich mit einem Stop ab und das Problem an der Stelle ist halt, du müsstest dich halt auf jeden Fall hier irgendwie unter diesem Stop absichern oder dich hier in diesen Aufwärtstrend reinkaufen und dich zumindest unter diesem Aufwärtstrend einkaufen und wenn du dich hier unten drunter absichern würdest, würden wir reden, so ungefähr von 14-15% Stop, die du nutzen müsstest und das ist viel zu viel im Vergleich jetzt zu dem Gewinn, den du dort machen kannst und deswegen eignet sich die Strategie meiner Meinung nach halt nicht. Die dritte Strategie, die du machen könntest, wäre einfach ein Buy and Hold Ansatz. Ja, also du kaufst die Mercedes-Benz-Aktie, ja, das würde halt bedeuten, du kaufst die Mercedes-Benz-Aktie und hältst sie einfach, bis du tot bist, so mehr oder weniger, ja. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber das ist im Grunde die Idee. Und dazu muss man sagen, Mercedes-Benz ist ja ein sehr zyklisches Unternehmen, das heißt klar, wir produzieren zyklische Konsumgüter mit Automobilen und demnach eignet sich dieses Unternehmen meiner Meinung nach nicht, um dort jetzt wirklich Buy and Hold zu machen. Mercedes-Benz ist eine typische Aktie, die man kaufen sollte, wenn es so richtig knallt, ja. Das heißt, im Falle von so einer richtigen Krise ist es so, dass Mercedes-Benz halt normalerweise sehr schlechte Zahlen hat, weil ich meine, klar, wenn es der Welt nicht gut geht, die Weltwirtschaft relativ niedrig ist, die Menschen wenig Geld haben, kauft sich jetzt keiner unbedingt einen neuen Mercedes, sondern dann fährt der Alte vielleicht noch zwei, drei Jahre länger. Und das ist halt einfach die Situation und das ist auch der Grund, warum Automobilaktien als zyklische Konsumgüter natürlich gelten. Das heißt, solch eine Aktie tendiert dazu, in sehr, sehr positiven Bereichen sehr stark überbewertet zu sein und wenn es sehr schlecht ist, sind wir normalerweise stark unterbewertet. Und in solch einem Szenario, ich sage jetzt mal hier so, nach Corona, nach der Bankenkrise, das sind so typische Momente, in denen man solche Aktien, wie jetzt zum Beispiel die Mercedes-Benz-Aktie, sehr günstig einkaufen kann. Jetzt könnte man argumentieren, ja, die sind dann ja alle günstig, aber du siehst das hier, diese Range, wir reden hier von plus 300%, die hier möglich waren. Und das hast du bei anderen Aktien halt nicht. Also das ist schon wirklich was Besonderes bei einem Automobilwert. und ja, deswegen, ja, für mich einfach gerade der falsche Zeitpunkt, um jetzt einen Buy-and-Hold-Ansatz einfach bei der Mercedes-Benz-Aktie zu machen. Du merkst, ich werde Mercedes-Benz jetzt nicht kaufen. Aber ich kann auch völlig verstehen, wenn du sagst, boah, diese 30% plus, das klingt doch eigentlich ganz gut und das passt gerade zu meiner Anlagestrategie, dann mach das ruhig und gerne kannst du auch mit mir einmal darüber diskutieren. Komm doch zu uns in den Investmentclub, auch dafür musst du dich einfach bei focusinvestor.de eintragen. Dann kannst du donnerstags 19 Uhr zu uns in den Zoom-Call kommen und da diskutieren wir immer. Wir sind eine richtig coole Truppe inzwischen und wenn du auch dich um deine Finanzen kümmern willst, dann bist du da herzlich eingeladen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Mach dir noch einen super schönen Tag und bis bald. Ciao.